Weltpremiere für den neuen Citroën C1 auf dem Genfer Autosalon 2014. Mit dem neuen Design wirkt der 3,46 Meter kurze Kleinwagen modern und frisch. Auch im Innenraum ist der C1 komplett neu und bietet zeitgemäße Features, wie etwa einen großen Touchscreen. Ein Fallschiebedach ist ebenfalls neu im Angebot. Die markante Front gibt dem neuen C1 ein eigenständiges Erscheinungsbild. Der nur 840 Kilogramm schwere C1 kommt mit zwei Dreizylinderbenzinern mit 68 und 82 PS.